Hey Leute, hier ist der böse Gemeinma und ich habe einen Cliffhanger gemacht, letzte Folge. Wir gehen jetzt hier in dieses supertolle Ding rein. Willkommen bei Seven Sector. Yes. Ich lebe. Yeah. Kann ich jetzt irgendwas machen? Oh, Seven! Ach, ich kann zielen. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Oh, oh! Überhitzt! 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 Mayday, Mayday! Ach, da lädt man sich auf, ne? Was ist der Bahn hier? Der kleine Trümmer. Mann, ist das laut, ey. Ich bin da, ich ging schon über den Boden. Guck mal, wir halten uns nochmal. Oh Scheiße, das Ballern passt aber gerade nicht so gut zum Spiel irgendwie. Ist auch sehr laut. Da hält man sich so oder so, okay. Okay. Ich bin der Ich bin der Ratschplatte. Ich bin der Ratschplatte. Nein, ich wusste es! Ach, ich hätte doch einfach nochmal zurückgehen müssen. Oh, jetzt muss ich das Ganze normal machen. Einfach durchgehen, ne? Ne. Ich habe ihn noch getroffen. Ich habe ihn noch getroffen. Gehen wir nochmal zurück. Guck mal, hinten ist ein VW-Bus. Da, 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 da. Die Roboter funktionieren gar nicht. Guck mal, der Unterleib geht immer durch den Boden durch. Oder manchmal. Ich muss nochmal, ich gehe noch einmal. Sind wir sonst, äh, ich will nicht nochmal alles abknallen müssen. Ich glaube nicht, dass wir lange an diesem Bot sind. Untertitelung. Ich will nicht noch mal zurücklaufen müssen. Komm schon. Gibt's doch nicht. Ah, sehr gut. Ach so. Ich glaube, ich muss mich noch mal heilen, oder? Gibt's jetzt Bosskampf, oder was? Oh ja. Oh ja. Shit. Oh, oh. Ähm. Ich kann den aber nicht ausweichen, ne? Mein Hinterteil zeigen funktioniert bestimmt auch nicht. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich seh schon. Ich seh schon. Oh, okay. Alles klar. Was? Alter. Muss ich das zu zweimal... Ich muss, glaube ich, mehrmals da drauf. Das geht langsam hoch. Alles klar. Ah, Gott sei Dank. Hier ist ein Safe. Okay, ich mach drei, drei Stück. Vier Stück, vier Stück. Meine Güte, wer findet denn sowas? Ich bin immer noch im Qualmen. Jetzt ist gesehen. Sieben Minuten. Soll ich das mal abwarten? Was passiert denn eigentlich in sieben Minuten? Kommt eine Eisenbahn, ne? Geh weg. Mörder. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den gar nicht umbringen. Mann, toll. Ich hätte gedacht, ich hätte ihn ja schießen müssen oder so. Oh, scheiße. Lol. Soll ich mal sieben Minuten warten? Er bleibt jetzt tot, natürlich. Aber hier ist wie bei Terminator. Ne, halt. Ey, du hast mich aber gar nicht hier sehen. Oh, Lappen. Ah, guck mal, das sind so Schalter. Ich kann den nicht bedienen. Fünf Minuten. Vielleicht muss ich da in dieser Zeit auf jeden Fall durchkommen. Hä? Das ist jetzt bescheuert. Vielleicht muss ich warten, bis der ganz drüben ist, weil der Lichtschein war nicht mehr da. Fünf Minuten. Vielleicht soll ich auch einfach direkt durchrennen, aber ich glaube nicht. So, und jetzt geht er rennt rüber. Oh. Ist das wegen dieser Linie? Blickt er nicht durch. Ach, hier ist ein Safe-Punkt. Guck. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Das prinzipiell trotzdem. Guck, ich schieße nicht und es geht. Es überhitzt, aber es funktioniert trotzdem. Scheiße, warte. Das war eine Falle. Ich wollte den gar nicht umbringen. Meine Güte. Das ärgert mich jetzt. Oh, oh. Ist das so eine Droh... Guck mal, das ist nochmal so ein Läufer. Alter, sind wir entweder... Sind wir... Sind das Combine? Hey, guck mal, das sind doch diese Sicheldrohnen. Von Half-Life. Wie lustig. Ähm, okay. Ähm. Befreit der mich oder will der mich töten? Oh, shit! 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 Komm schon, steh auf! Du schaffst das! Irgendwas ist kaputt. Achso, ist unser Geschütz. Können die da rausgehen oder da rausgehen? Was ist denn hier? Du mal, da sitzt ein alter Roboter drin. Was steht da? Rabo... Eto... X... X... U... H... B... Fragezeichen? Was ist das? E-T-O-H-O-B-A-O-Q-R... Rabo... Vielleicht falsch rumgeschrieben? Spiegelschrift? Ich mach mal ein Screenshot. H-T-O-H-O-B-A-Q... E3-Hub... Vielleicht? Okay, jetzt sind wir am Schrottplatz. Cool. Zum Weg. Donkumpf! Platt getreten. Oh, shit! Oh, shit! Super! Die sehen genauso aus! Bei Half-Life. Half-Life 2. Hab ich immer super gerne zerstört. Soll ich die abkneiden oder soll ich lieber Gas geben? Na toll, soviel dazu. Ich glaub, ich versuche zu rennen. Ich versuch mal zu rennen. Okay, ich muss kämpfen. Boop! Nein, nein, nein! Kann ich das geschützig... Ich bin ja schon wieder fast im Arsch. Oh Mann, das gibt's doch nicht! Oh Mann, ey. Mein Gott, Walter. Okay. Damit zu zielen ist aber auch echt schlimm. Ich höre jetzt auf, immer Krebs zu sagen. Oh, wenn du den einmal nicht triffst, weil du hast nur so eine geringe... Zieldingens, Bummens. Jetzt sind wir wieder bei Hitze. Guck mal, das sind diese kummigen Türme da. Die machen das. Jetzt hab ich das erst mal gesehen. So, jetzt den ersten Mal abknallen. Das muss aber wohl funktionieren. Das ist der Zaun. Das ist der Zaun. Wir gehen nach dem Zaun. Okay. Danke. Danke. So, dann ist hier die erste große Kette. Guck mal, ist das ein Luftschiff, von dem wir kommen? Nein! 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 Bleib zurück! Bleib zurück! Ich will wieder eine harmlose Kugel sein, die nichts töten kann. um... Oh, Juhu! Aha, Kinderspiel! Ah, warte mal. Ah, warte mal. Habe ich es aufgeladen oder? Ich habe es aufgeladen. Oh Mann. Hey, nochmal. Weil es so schön war. Los geht's. Ah ne, da sind wir. Gott sei Dank. Also andersrum drehen. In... Ne, ne, ne. Weil wir uns ja ausmachen. Nicht anmachen. Ne, es war es wieder. Okay. Hä? Aber da hinten war es doch rot. Vielleicht habe ich es wieder so rumgedreht, wie ich... Egal, wir sehen es jetzt nochmal. Ah, da will ich jetzt noch durchkommen. Gucken wir jetzt mal in die andere Richtung. Jetzt ist es aus. Guck. Hä? Gut, Leute. Dann hören wir jetzt mal hier auf. Äh, genug gestorben. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Seven Sector. So, bis dahin wir mal. Out rein, Leute.